Yo Leute, zurück bei Alien vs Predator in der Marine Kampagne und ja, wir können zwischen den Waffen wechseln, ist mir auch klar. Ab geht's. Hier müssten jetzt eigentlich Aliens kommen. Da, sind sie. Abflug, kommen wir nicht zu nah. Eigentlich können wir auch nur draufhalten bei den Viechern. Wir haben schließlich genug Schuss. Naja gut, jetzt haben wir nicht mehr so viel Schuss. Rennen, Junge, rennen. Okay, maximale Munition. Haben wir schon, nur nicht für das Gewehr. Ich werde aber jetzt erstmal das Gewehr benutzen, weil wir dafür nicht dann... Hä? Wie kommt ihr denn nicht hin? Ach, ich muss nach unten stehen. Ich muss jetzt zum Club... Schon ganz vergessen. Ich muss der Musik folgen. Zum Club geht's hier runter. Party, Party, Party. Hier haben wir schon... Setzen Sie Ihren Hintern in Bewegung. Ich bin da dabei, man. Also ich muss sagen, ich finde es schön, dass es diese drei Kampagnen gibt. Ähm... Natürlich fände ich eine Preda-Alien-Kampagne noch geiler. Aber... Ich meine, hier so eine klassische Shooter-Kampagne ist ja auch was Feines. Und man sieht, hier war der Predator. Stripperin, okay. Ähm... Wir müssen wohin? Ah, da vorne. Zum Aufzug. Ab geht's. Mal wieder. Taschenlampe kann ruhig an. Wir gucken uns hier erst noch mal um. Was ist das? Some kind of nest? Must be some new breed of Xeno. Private Gibson here. I'm on my way to the rookie. We had to pull back. There's a lot of house in there. I'm coming up in the elevator now. Watch those shadows, Rekin. The Prival will be there soon. Almost there. Hold up. The Xenomorphs... ...mussten jetzt eigentlich hier gleich irgendwie hinter mir aufkommen. Gibson... Shit... The Xeno must have whipped through some cables. Trapp! Die Elevator sind runter. I'll try to reroute the power. War da gerade nicht schon... Ah, da war einer. Ah, nee. Jetzt kommen sie, glaube ich. Jetzt kommen sie erst. Mehrere Signale. Ja, kommt alle her. Ja, ich bin nicht kalt. Mal überstehen. Die Daumen, du stinkst. Das ist ehrlich gesagt ein Wirbel. Okay, das macht es natürlich ein bisschen schwerer, aber ich finde es ein bisschen scheiße, dass man Bauer sieht durch das scheiß Mündungsfeuer. Das ist ja echt extrem. Da vorne ist einer und da ist auch einer. Headshot, bitch. Wo ist der andere? Da sind sie. Abflug, man. Scheiße. Okay, Alter. Das ist krass ist, wenn ich mir zu nahe komme, dann hat man schon richtig verpackt. Headshot. Einer ist da noch. Wo ist die Magik? Da. Aber die Waffe schießt so langsam, dass ich nicht diesen Dreierschuss benutze. Geht doch. Und vor allem macht die kaum Schaden. Ich habe ein Element. Geh in und ich werde dich rausziehen. Das ist ja ein Anfall, wenn ich mir rausgekommen bin. Schade, dass die Waffe leer ist. Die ist viel besser. Das heißt viel besser. Die ist eigentlich nur minimal besser, weil... Ach, guck mal. Wir haben da noch eine Aufnahme nicht mitgenommen. Ihr seht, ich habe elf von siebenundsechzig. Ist jetzt gar nicht mal so viel, aber... Ich weiß gar nicht, ob diese Kampagne hier jetzt lang geht oder ob das die längst ist oder so, aber... Es ist auf jeden Fall die, die ich noch zu hundertprozentig durchgespielt habe. Willkommen zum Basecamp, Rookie. Ach, dich habe ich doch ganz oft getötet als Predator, oder nicht? Hier. Ah, jetzt hier. Aufgepasst. Hier gibt es irgendwo vier Munition. Munition. Ich muss eh nach oben. Suck es ab, Kind. Du wirst leben. Komm mit mir, Rookie. Wir brauchen nach oben. Ah, aber gib mir doch erstmal Munition. Kann es sein, dass man auf einem normalen Schwierigkeitsgrad fiel in die Munition. Nein, kann das nicht sein. Oh, Mann. Wo ist denn überhaupt hin? Ich sehe nicht mal einen einfachen Kisten. Gibt es keine Munitionskisten oder so? Auf nach oben. Ich bin oben. Was ist denn... Was ist mit den Lichtern passiert? Da vorne liegen Granaten. Super. Ah, okay, okay. Und rennen wir mal schnell zurück und gucken. Wir müssen uns aus der Luft. Wir brauchen die Luft. Vam. So. Kommt da noch einer, habe ich schon. Nein. Scheinbar nicht. Dann rennen wir mal wieder zu. Oh, lass bitte deine Waffe fallen. Nein, natürlich nicht. Scheiße. Mann, ich will Munition haben. Kann doch nicht sein, dass wir so wenig haben. Alter. Komm runter. Das ist Tequila. Hast du nicht Bock, mit Munition zu gehen? Wahrscheinlich nicht. Oh, hier kommen aber ein paar Gegner. Wenn die hier raufkommen, spreng ich die in die Luft. Kommt die Treppe rauf. Ja, komm. Oder verschwindet. Auch gut. Bitte. Komm her. Irgendwie bockt mich das gerade hier nicht. Da ist die Perle. Was muss ich machen? 24 Meter ist mein Ziel. Ah, ich muss nach unten, oder was? Ich will aber nicht. Hier sind überall Aliens. Weißt du, der Neue wird vorgeschickt zum Gucken. Ist ja auch gar nicht asyl. Scheiße, Mann. Ich geh mal lieber wieder nach oben. Ach, da war der Neue. Ah, scheiße. Fuck, er ist hier. Ich bin hier nicht mehr. Was? Ich hab die Frau umgebracht. Scheiße. Fuck, Mann. Ich hab meine Unterstützung umgebracht. Wie dumm bin ich denn? Was hat der denn drin? Shit. Alter, wie kann denn sowas Dummes passieren? Ist doch unglaublich. Dauer, 19 Minuten. Ja, ihr seid tot. Ah, guck mal, da lieb Leben. Oh, Mann. Ich hab die Laufmünen. Ich hab die Laufmünen. Ich hab die Laufmünen. Oh, Geschwunst. Macht mir die Laufmünen. Jetzt werden wir dann machen die. Ich hab die Laufmünen in den Systemen da. Gott, noch geht's? Ja, aber... Gleich habe ich keine Uni mehr. Dann geht's nicht mehr. Geil, ich wollte auch nicht rein. Ich weiß, wie ich renne. Und ich weiß, dass das Scheiße läuft gerade. Das Problem an der Sache ist, ich muss mich jetzt hier noch verteilen. Genau, wo ist das? Geil, ich weiß, dass ich nicht mehr in die Positionen da bin. Du, 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 du. Alter, wir haben echt Munitionsmangel, das ist sonst nicht so, also was heißt sonst, das ist für mich jetzt neu, weil ich halt schon auf Leicht spiele, voll nubig eigentlich, aber who cares. Okay, hier war ein Leben, ah, das hier kennen wir ja auch, wir sind ja auch die Juten, also als Alien sind wir hier rumgelatscht, ich müsste jetzt auch eigentlich gleich mal ein Alien kommen, aber, das habe ich nämlich erst gespielt, what, achso, kommt, da, das habe ich dann auch gemacht. Wie gut, dass die nicht einfach so finishen können, ne, das wäre auch richtig scheiße. Top up. Hier ist nochmal Munition, jetzt kriegen wir mittlerweile wieder relativ gut Munition, aber das Problem ist halt, da kommen wir wieder rein, das Problem an der Sache ist halt auch ein bisschen, dass, ähm, oh, das hat mir auch genau mit dem Schuttelmagazin, das heißt, wir haben Munition verbraten. Upp. Muss aber noch einer sein. Mann, sagt sie zu mir. Scheiße, Mann. Oh, Mission beendet? Dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und melde mich gleich zurück in der nächsten Mission als Marine und mal schauen, wie es dann weitergeht. Bis dahin. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist. Wirdd daется nachher nie. Wirdd aufs Video klicken. Ja, wir uns dann single bei mir in der Luna. Ich sage immer weiter zusammen ä端.